ich danke euch für ihr seid sehr freundlich eure bemühungen annähern aber ich kann euch für einen solchen dies nicht bezahlen woher weiß ich dass ihr mich reinlegt ihr könntet mich als ein mittel benutzen um euren status zurückzulangen ich danke euch das macht mir nichts aus ich habe hier wo ich habe hier wo ich bin frieden gefunden aber jeder fein von fürs jeder ist mein freund macht es euch hier bei mir gemütlich bis ich mit guten nachrichten zurück bin da fahrt es ist großes vertrauen in euch da ihr wahrhaftig darunter leidet was passiert ist vertrauen ist ihm wichtig bitte enttäuscht ihn nicht ich denke nicht im traum daran ist ein ehrenwerter mann ich werde versuchen doch meine bestimmung die dem moment außerhalb meiner kontrolle es ist seine entscheidung ich bin nicht dafür verantwortlich in was er sein vertrauen setzt er ist ein ehrenwerter mann vielleicht zu ehrenhaft er konnte mit den strategien des fürsten hier dann nie gleich ziehen und jetzt verbringt er seine an verbirgt er seine erniedrigung ich bitte bitte ich bitte euch demütig diesen vier kag wie er mein wie er demütig diesen vier kag wie er mein vater gedemütigt hat fürst hier dann vier kag verdient ist verletzt zu werden ich bin sicher werde euer bestes tun wenn nicht für meinen vater dann für euch selbst auf wir dürfen so wir rasten sogar selbst ihr seid ein absonderliches volk dass ihr euch hier ah lauft versteckt euch es gibt ärger ganz sicher beruhigt euch wir wollen doch nicht unsere gäste wir wollen rücken was ist los war die ich habe sie gesehen sie kommen sie versuchen ungesehen zu bleiben aber ich habe sie gesehen sie sind schon fast hier versteckt durch und lauft weg war die denn auf denen mache ich klein holz ich frage mich was sie vorhaben ich werde am besten mal nachsehen wenn sie niemanden belästigen sind sie belanglos ich werde mal nachsehen schön schön aber ich gehe nicht in ihre nähe und es ist niemand sonst da der das haus bewachen könnte ich werde mich in den hügeln verstecken es ist nicht so dass ich mich nicht verteidigen könnte aber dies hier könnte eine aufgabe sein die er für unseren gast geeignet ist vielleicht hat sie eine alte rechnung zu begleichen ich bin sicher es wird alles in ordnung gehen es gibt viele arten mit leuten wie euch fertig zu werden wir haben gevens kind jetzt sind seine lässigen freunde dran zu sterben können wir nicht reden warum habt ihr dieses friedliche heim gestürmt was für eine sorte banditen seid ihr das sind ja auch ochs bei euch bei uns sind alle die fürs vierkack dienen ungeachtet ihrer rasse wenn das der verwirrung dient umso besser eure vernietung wird trotzdem weitergehen ganz nach vierkacks wunsch euer niedergang wird fortgesetzt mit der ausmerzung von gerville winch spiel in eurem namen sein kind wird vor eurer nase fortgebracht und ich frage mich wer dafür verantwortlich gemacht wird fürs vierkack beobachtet mit vergnügen wenn ihr wieder und wieder einen öffentlichen tod erleidet das ist so viel mehr unterhaltung als einfaches töten aber womit habe ich habe ich ihn gegen mich aufgebracht welches verbrechen ist so außerordentlich dass eure freunde im unrecht dass eure freunde im unrecht getan haben ist alles was zählt die größenordnung ist irrelevant jetzt seid ihr vernichtet und euer ruf ist dahin rache an euch bedeutet bedeutet rache an jenen die in den armen des todes sicher sind ok räuber großmaul ok ihr braucht meinen rat nicht wahr ja aber gerne so noch ein räuber und das war's ich werde tun was ich kann um euch zu helfen mein sohn ist weg ich überließe euch diesen ort ich nein nein ich weiß ihr wartest ich ich kenne meine widersache der verdammte jordan vierkack was macht er mir nur für kummer ich kann nicht in seinem schatten in seiner hölle leben ich ihr 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 würdet ihm auch gerne ich würde dem auch gerne ein ende sitzen ich werde euer kind retten ganz gleich wie hoch das risiko ist ich wüsste auch gerne was er mit mir vor hat ich werde ihn aufsuchen zu unserer beider wohl das ist das was mit eurer verbindung mit dem strahlenden herzen will man mich immer noch umbringen nehmen wir mal das erste ich danke euch aber ich weiß nicht wo ich wo ihr ihn finden könnt seine schläger verhindern die suche ich weiß es nicht vielleicht in den ruin im nordosten ich weiß es nicht ich werde euer kind finden seid ganz berücht ich danke euch ihr könnt unbehelligt reißen denn ich habe eure lauterkeit bei strahlenden herzen erfolgreich verteidigt auch dort fordert man gerechtigkeit für die ermordung das ist jetzt eure aufgabe wir müssen diese scheiße finden dass kinder steht und ritter als monster verkleidet und ihm ein paar gehörige dritte verpassen all seine opfer sollen gerecht werden wir müssen gewinns kind finden er hat unseren namen bei dem paladin reingewaschen und das ist das mindeste was wir für ihn tun können wir müssen es zumindest versuchen wenn es das ist was ihr wollt so du hast geld und projizieren das ebenbild sie sagen ich soll gerne nichts erzählen also tue ich es auch nicht diese nachricht ist wohl für euch die banditen haben sie mir gegeben dann ließen sie mich leben sie ist für euch ich gehe jetzt talisa ich gebe euch hiermit die gelegenheit eure ehre und noch mehr wieder zu erlangen das spielchen ist ja ganz interessant aber es zieht sich unnötig in die länge komm wir wollen uns treffen und herausfinden wer der bessere mensch ist im nordosten befindet sich unser kampfplatz ihr werdet ihn erkennen wenn ihr ihn seht ja ich denke ihr werdet ihn erkennen was für ein zauber grad 7 der zauberer zu einem illusionäres duplikat des magiers das scheinbar aus seinem körper tritt er kann zauber wirken allerdings nicht körperlich angreifen jo der klingt cool das ist unser erste stufe 7 zauber wo wir haben sogar schon zwei stufe 8 zauber scheiße beschwören und ein abbild ja gut was habt ihr noch so dabei geld ein ring du hast ein langschild getragen das hat man gesehen dann gucken wir mal was hier noch so rum liegt was die orks dabei hatten noch zwei ringe und noch mehr geld ok noch zwei ringe und noch mehr geld und dein gepäck ist schon voll weil du viel zu viel mit hier rum schleppst so fragt keine große herausforderung hier hinten ist nichts mehr in dem fass ist nichts mehr ist übrigens dunkel draußen wir machen hier mal ein quick save was möchtet ihr jetzt sehen wir uns in ruhe in den windspeer hügel mal um bitte der windspeers ja die orks sehen wie echte orks aus wir können zum glück nicht so viel schaden mehr anrichten geld und edelstein und noch mehr ringe also bei orks können wir gerade ziemlich gut abgreifen oh die orkischen buchschützen haben sogar feile plus 1 feile plus 1 und noch mehr feile plus 1 so das geht um einiges einfacher ja keine große herausforderung als ständig alles zu yoshimo zu verschieben ok das war ein lautes grölen da oben ist auf jeden fall wasser hier können wir noch lang gehen und das gebiet umrunden das kreischlinge hi jungs meine fähigkeiten und mein geschick vor 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 drei schlinge sind wirklich harmlos deswegen habe ich auch auf nahkampf gerade gewechselt mit meinen beiden anderen ja ja hier aber wir ständig irgendwelche kämpfe austragen müssen feenhain genau hier wollen wir hin in den feenhain die natur weiß viel von euch außen seite ihr seid keine von meinen hübschen männern warum seid ihr hier es tut mir leid euch zu schüren ich werde bald gehen entschuldigt mich dafür euch zu stören ich bringe ein paar eichen von euren du jahren schwestern seit vielen jahren werden sie von einem bösen magier gefangen gehalten ich habe auf euch gewartet die bolle von ulene kanja und der liebe müssen wieder eingepflanzt werden damit ihre freiheit wieder lang gibt mir die eicheln mein bruder die bäume sprechen von eurer anwesenheit schwestern wer muss danach gesehnt euch wiederzusehen ihr lieben meine königin talis an uns gerettet können unsere bäume gerettet werden hat irenikus uns verflucht nein kleine schwestern ihr seid nicht verflucht kommt liana seht eure schwestern samen auf dass sie den hauch des windes wieder kosten olene sanja und ilime folgt liana und sie wird euch zurück in die sicherheit des waldes bringen gehabt euch wohl und wisstet dass ihr euch für immer dass ich euch für immer beschützen werde ich danke euch meine königin danke talisa der wald heißt euch willkommen das böse war diesem ort nahe und ich bete darum dass ihr eine sichere reise habt lebt wohl jede menge erfahrung keine ruf verbesserung warum auch das würde mich niemals nach außen dringend dass wir ein paar drüaden geholfen haben so freiheit für den djinn mutter dem jungen das wird dann wollen wir jetzt hier in kapitel 2 stehen zur haften feste vor hamsen und helden rogante seetreu langeweile keldorn janiansen ja hier und baron irenikos und die gefangenen dyriaden ich habe die eicheln der drüaden zur fehlenkönigin valesa gebracht die gefangenen drüaden sind freigekommen sie sind gegangen um ihre eicheln einzupflanzen damit ihre bäume erneut wachsen können valesa hat mich für meine hilfe bedanken mir versichert dass ich hier immer willkommen sein werde ja gut ja das ist der feenhain das hat uns ziemlich viele erfahrungspunkte wieder gebracht wir sind bald an einem stufenaufstieg auch die beiden minsk könnte sogar als nächster aufsteigen oder jahira als druidin er wie braucht noch eine ganze weile aber ja das lief gut ich bin bereit ich bin mir ganz sicher dass ich sie gesehen habe schnell wirf ein paar nüsse hin ok könntest du dich bitte bemühen ein wenig würde zu bewahren wenn wir in der natur sind manchmal wundere ich mich wirklich wie du es zum waldläufer gebracht hast soll ich etwa kriegsträglich für die meisten anderen herumlaufen nein das will ich nicht die tiere spielen und tollen ohne sorgen herum und das würde ich auch bestünde dich die gefahr wo dabei zu zocken menschen aber verpflichten sind ernst angelegenheiten wenn es ist das überhaupt bewusst ich bin tod ernst wo würde es nicht gestanden dass ich mir meine dass ich mich meiner pflichten entziehe ich würde mich gar nichts entziehen nein niemals keinen zug bewunderswert minsk aber leider verwendet ihr dieses wort so als ob überhaupt keine ahnung kenne was es bedeutet äh gut nein aber das klingt scharf und schmerzvoll und normalerweise habe ich vor so etwas wie habe ich mir so etwas für die typen hebe ich mir so etwas für die typen auf die den eichhörnchen nüsse stehlen gut gemacht minsk weiter so ja ja ja